Nichts, weil es mehr als Schwergmeister geht natürlich nicht und am Samstagabend will ja diesen BWA-WM-Gürtel verteidigen. Der Trainer von Alexander Proberti, der stand auch schon mal mit dem Deutschen im Ring, nämlich mit Obtai Urkal. Damals ging es auch um zwei WM-Titel. Obtai Urkal gewann für uns Deutschen leider. Damals muss man sagen, war es dem Obtai ein Kiefer, hat es ein bisschen weh getan, sagt Obtai noch heute. Aber inzwischen geht es ihm wieder gut, und auch Herr Urkal arbeitet ja hier in Hamburg als Trainer. Alexander Proberti wird, glaube ich, hoffentlich genauso erfolgreich sein am Wochenende. Kostja Ziu war es auf jeden Fall schon ganz aktiver. Und er soll auch ein verdammt guter Trainer sein.